oOooOH Hallo!? Er Ferntits, oder? Wahrscheinlich, oder? So lange ist es so gay Ah, proposed nhất Ich musste nie wiederMA Wo ist mein Hund? Was war der Scheiß? Willst du eigentlich nicht rumkommen? Was ist das? Was ist das? Ich bin nicht behindert. Scheiße, die hat nichts zu tun. Die hat nichts zu tun. Geh weg! Ich moine mich nicht! Nein! 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 Leider! Simone fängt den. Genau, bringt den anderen gut um. Willst du kämpfen? Nein! Du hättest mir das Messer fast in den Fegel gefangen. Nein! Nein! Oh, neeeet! Schon wieder so'n Hipster-Scheiße an! Oh, um Gottes Wille, ey! Ihr müsst ja nicht mit dem Anfang so zu stehen, ey! Sag mal, seid ihr schwul, ihr beiden, dass ihr euch die Eichhörner gegen den Kopf setzt! Ihr seid doch nicht mehr ganz aufer, ihr blöden Mixer! Ach, du musstest euch mit beleiden! Guckt euch mal an! Ihr seid wie dumm wie Scheiße und sieht aus eklig aus, Alter! BlööööööW DeU piano! Oh! Es wäre das was ich da mit andeuten sag! Eh, du längst nicht weiter... Nee, ich guck jetzt eine Nachricht, Mann! Ist mir scheißegal! Lalalalalalalalalalalalala! Sache das, hat jemand ins Gehirn geschissen? Du blöde Scheißkind, Alter! Ja, ich rede bestimmt nicht geschworen wie du. Nein, das ist für den Drecknis, als ob du vielleicht noch essen musst, hast du gesagt. Oh, ja, red mit der Wand, hier bin ich schön. Hallo, mein. Hallo, mein. Ich werde dich voll wegwerfen. Du, Kaktus. Du, Stinklauch. Lauch. Du, Kühnerlauch. Oh, Mann. Mann, 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 Mann. Wieso ist die Welt so scheiße, blöd, dumm? Faschissen, vollkommen in den Arsch getreten, in den Müll geworfen und er weiße, wie ich zusammengebrauch. Gottes Wille, ich kotz mich wieder an. Oh, halt's Maul, du nerv' mich wieder, du blödes Arschlochkind, Alter. Du siehst aus, wie ein Hundekote hoch. Sag mal, du faschissene Scheiße, verpiss dich jetzt. Oder soll ich dir deinen Kragen umdrehen, du blöde Sau? Daher kill' mich nicht, du blöde Sau, da ich kenne dich auf Ace Po, ist mir scheißegal. Ich kill' euch alle beide, wenn ich will. Ist mir scheißegal, wenn ihr auch drauf geht. Springerstiefel in die Fässer und fertig ist, schlag' ich die Stiefel in die Fässer und blöde Sau. Arbeiten. Sofort. Willst du mir jetzt sagen, du hast auf den Stuhl gefurzt oder was? Ja, guck mal. Du bist eine Sau. Hallihallo Hallöchen. Oh nein! Ein Massenmörder ist in meiner Wohnung und bringt mich gleich um. Oh nein! Ich hab's gefangen. Du sollst nicht gleich meinen Lautsprecher umschmeißen. Was zur Hölle tust du? Was soll ich jetzt mit den Bällen? Ich hab genug Bälle in der Hunde. Wenn dem etwas k трätzlich machen, dann dachte ich mich komplett auf einen Langsitzel aus. Es ist f як stiff als Rhekas8. Boah! Ist das so toll? Na 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 Na, Na 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 Naんですie lud. alredy from az. enich war reißt iger die actionable Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020